Halt's auf! 4 Pandas! Den einen Mann so wegfällt! Was geht ab Leute? Heute sind natürlich mal wieder am Start mit einem neuen Video. Heute eine klassische Versuche nicht zu lachen Challenge. Ja, Fußball-Edition. Haben wir was länger nicht gemacht? Machen wir jetzt zusammen mal wieder. Ich bin gespannt, haben wir ein paar geile Clips rausgesucht. Also Video, das wir uns jetzt natürlich anschauen werden. Und wenn wir ehrlich sind, habe ich jetzt schon eigentlich verloren, weil ich das ganze Intro über schon am Lachen bin. Aber vielleicht seid ihr da draußen ja besser und schafft es wenigstens. Deswegen Leute, Film ab! Let's go! Okay. Wir sind gespannt. Neymar? Adam? Was ist denn Neymar? Erster Clips schon verkackt. Ey. Er ist aber auch gut editieren, muss man sagen. Muss man sagen. Ronaldo? Na, er war böse mit der Clips. Hä? Wie ist der denn reingegangen? Als ob... 4 Pundas! Das ist ja Weltrekord. Das ist ja Weltrekord. Das ist ja Weltrekord. Na gut. Ich glaube, da habe ich auch alle 5 Minuten eine Wadenkränze. Waschenkelzehrung. Bruder. Ey. Okay, wir wissen, ich bin alle schlecht und versuche nicht zu lachen, ey. Was ist zum Teufel? Ey, das ist so... Wenn... Wenn so ein Klassenkammerad von dir ungefragt eine Kaugüse nimmt, dann ist es einfach so... Ey, gib mir meine Kaugüse! Äh... Äh... Guck dir wo dahin! Guck dir wo dahin! Guck dir wo dahin! Alter! Leverpräzision wie sonst was! Dazu sage ich jetzt mal nichts! Einfach den Süle gemacht! Und Bock, man kriegt doch eins in die Eier! Ey, guckt euch das letzte Video... Obwohl... Ich weiß nicht was... Also es ist jetzt das letzte Video, wo ich es aufgenommen habe. Also das letzte Trainingsvideo von uns. Guckt einfach mal da Süle, der hat auch eine geisteskranke Aktion gebracht. Der Junge ist so anders. Der Typ hat einfach Champions League gewonnen. Und dann... Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Oh, das ist jetzt ein Jubel! Oh, krass! Als ob das dann... Hä? Ich hab mich jetzt gar nicht verstanden. Was ist das für eine Jube? Gucken wir mal den Holzi-Jugel, Junge. Starker Ball. Zeig, das war nicht mal geplant von Müller. Ich versteh gar kein Wort. Was? Was? Digga, Anstoß. Direkt Eigentor. Erste Minute. Was ist das denn? Was? Okay, die Clips werden immer doller. Was passiert hier? Die Knie. Hä? 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 Der hat sich ja von Nackenklatscher geben lassen. Was sollte das denn werden? Stabiler Stick, ey. Da sind alle drauf reingefallen auf den Dreck. Da hat mir da niemand gerechnet. Was ist mit dem, Jube? Ach, der ist direkt nochmal hingefallen. Ach, der ist direkt nochmal hingefallen. Aber das wird jetzt ja schon nicht mehr lustig. Das ist einfach frech. Ah, das müssen wir jetzt zensieren. Was? Boah, den eigenen Mann. Den eigenen Mann. So wegfällt. Verletzt durch Mitspieler, ey. Gibt es denn eigentlich eine gelbe? Was ist das denn? Junge, wie auf diese Geburtstagsparty. Da hat man das doch so früher mit diese Ballons gemacht. Ey, Verratti. Bester Mann. Ich liebe den Jungen. So ein kleiner Spieler. Der trägt Schnurrbart über seine Maske. Das ist für ein Mensch gewesen, ey. Der ist ja ein richtiger Basketballspieler geworden. Ja, das hat gut geklappt mit dem nicht lachen, ey. Ist aber an der Stelle auch einfach mal zu gewesen. Naja, ab jetzt wird nicht mehr gelassen. Okay, bin ich ernst. Wie kann man so einen Ball spielen? Junge, es kann nicht wahr sein. Wie kann man so einen Ball spielen? Der arme Werner, ey. Der will doch nur sein Happy Meal. Der will doch nur sein Happy Meal. Wer macht denn das für Verrenkungen, Alter? Ich hab nicht gelacht, ey. Das war's mit dem Team. Welchen bekommst du? Wie kann man so einen Ball spielen? Ja... Wie können wir das mal sagen? Wie kann man so einen Ball spielen? Nimm da einfach Hand, der Bruder. Zurück. Ey, aber Kante, der darf das. Der darf auch mal Hand nehmen. Boah, was ein Tor, Junge. Genau so ein Tor. Haben wir selbst auch schon mal bei Pro-Clubs kassiert. Ey, was war das denn? Okay, das mit dem. Versuche nicht zu lachen. Jetzt streichen wir mal wieder. Vielleicht nenne ich das Video dann auch doch lieber anders. Ich habe ja nur gelacht, aber waren auch geile Clips dabei. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr lachen musstet. Wahrscheinlich musstet ihr alle lachen, wenn wir ehrlich sind. Da waren schon geile Clips dabei. Muss man sagen, da muss man dann auch einfach mal lachen. War witzig. Wir sehen uns im nächsten Video. Also Leute, haut rein, bleibt sauber und bis dann. Ciao.